Hallo Niedersachsen, guten Abend am Montag. Willkommen bei Hallo Niedersachsen. 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 Freude in Badehose. Ludwig Abeln packt als Bademeister an. Guten Abend und ganz herzlich willkommen bei Niedersachsen 1930. Heute aus Niedersachsen reparieren am Limit das lange Warten auf Geld vom Land. Wir müssen das Kunstwerk vollbringen, die Straßen so weit in Ordnung zu halten, dass man sie befahren kann. Garnelenstadtgetreide, ein tropisches Anbauexperiment, sonnige Aussichten für den Landwirt. Wir sind also sehr guter Dinge und da brauchen wir sich überhaupt keine Sorgen machen. Das gab's noch nie, spontanes Festival mit Clowns aus aller Welt. New York, okay, Barcelona, Amsterdam, Paris, überall, aber in Apollo, im Hinterhof, in Hannover, das ist schon toll. Das ist also gleich bei uns Programm, hallo und herzlich willkommen bei Niedersachsen 1930. Heute aus Niedersachsen, am Morgen Großrazzia im Land, am Mittag Verbot von rechtsextremistischer Vereinigung. Das ist auf jeden Fall ein großer Schlag gegen die neonazistische Szene. Selbstbehauptungstraining für Jugendliche, eine Aktion der Polizei in Göttingen. Wenn ich mich selber achte und mich selbst behaupten kann, erst dann kann ich anderen helfen. Guten Abend und willkommen mit einem Selbstbekenntnis. Eingesperrt. Straftäter stirbt bei Brand im Maßregelvollzug Göttingen. Ausgegraben. Ein Mann sammelt Bilder und Anekdoten über das alte Hannover. Und heimatlos Storchenpaar in Mark Oldendorf verliert sein Nest. Willkommen zu Ihrem Landesprogramm. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend und hallo Niedersachsen. Da sind wir wieder mit den Themen des Tages. Das ist zuverlässig wie ein niedersächsisches Uhrwerk. Los geht's wie immer mit der Themenübersicht. Bitte schön. Vorläufiges Ausdruck, Section Control, Streckenradar bei Hannover muss abgeschaltet werden. Streit um Pornografie in Marienhave. Die Nackte hängt wieder, aber sie glauben nicht wie. Und das hat's lange nicht gegeben. Ein Grüner wird Grünkohl König. Autsch. Das dürfte wehtun. Guten Abend. Willkommen zu hallo Niedersachsen. Und das ist letztendlich. Untertitelung des ZDF, 2020